Servus Leute, heute habe ich wieder ein Interchange Raid für euch und zwar in der Nacht und ja, ich bevorzuge die Map auf jeden Fall mit Night Vision, jetzt mit den Änderungen. Ich finde es in der Nacht angenehmer, diese ganzen dunklen Ecken, da kann man dann reinschauen und ja, es ist irgendwie auch eine sehr schöne Atmosphäre und ja, in der Runde ging es auf jeden Fall zur Sache, PvP-mäßig, es gab den ein oder anderen schönen One-Tap, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens meistens täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst, Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, hilft immer sehr und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ja, es ist auf Lighthouse. Ja, es ist auf Lighthouse. Ja, es ist auf Lighthouse. Nee, geht nicht, Flecke. Ja, Tox, dankeschön für den Tier 1. 15 Monate allerdings. Danke für den Support. Wir kommen zurück in die Abofalle. Guckt's da aus, wie geht's? Nee, die Keys krieg ich schon her. Mach mal schon. Schiff. Hier ist es. Big Boss, huh? Nee. Aber Killer kann inzwischen an so vielen Orten sein, ne? Ich glaub, der wandert von Anfang an schon rum. Macht's echt schwierig mit ihm. Wolf, servus. Letzter Killer-Kill, ja. Ja, danach nur noch 98 weitere. Danach nur noch 98 weitere. Ja, ich bräuchte mal den Radar-Key oder Operation-Key. Daums 108 bringt mir nicht so viel. Kaffee-Karte? Nicht so wie letzte Runde. Die mache ich heute noch fertiger, ja. Sondern vorher gehe ich nicht offline. Selbstverständlich. Was denkst du denn? Dedication. 100-mal Killer in einem Stream. Ich glaub, kein Thema. Braucht bloß ein Dono-Goal für Radar-Hack und Speed-Hack. Dann geht's. Ich will da draußen überall Shots. Leute, kommt mal hier rein. Was wollten die alle draußen bei Nacht? Ich glaub, da lag nicht die View, warte. Das ist ein Laufwerk. Ach, du bist wegen den Kills hier. Das ist ein Laufwerk. Das ist ein Laufwerk. Er schießt den nicht. Er ist nicht mehr da. What the fuck? Der war doch kein Spieler. Aber wir schauen mal runter in die Tiefgarage. Ich weiß gar nicht, ob in der Tiefgarage auch zählt, um ehrlich zu sein. Was, Killer? Moment, ich muss einmal kurz nachschauen, wie viele Kills ich hab, falls ich hier unten einen mach, dass ich's weiß. 17, okay. Wo war ich hier in Skiff? Alter, es ist dunkel da hinten. Hier oben drin. Hier oben drin. Oh. Oh! okay Okay, einer ist noch da hinten. Was ist da hinten drin? Schießt der auf mich nicht? Was ist da hinten drin? Schöne One-Taps heute, hä? Was ist da der dritte oder so? Oh boy, man sieht gar nix. Was ist da hinten drin? Oh Mann, ich weiß nicht, ob hier links noch einer ist. Hey, wie man nix sieht, ne? Da ist mit Night Vision hier hinten drin. Nee, der ist nicht tot. Also hat nicht die Nate gefressen. Der hockt da irgendwo. Okay. 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 Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt ne gute Idee ist. Wenn er hier noch ist, hört er mich die ganze Zeit. Okay. 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 Ja, da liegen zwei. Die bringen alle kein Night Vision mit auf Interchange. Das ist schön. So ist hin. Ja, aber wieder einer. Okay. Das war's Verspann. Das war's Verspann. Feuerwehrhelm? Das ist ja kein Scheiß. Ah, nee. Das war ein Skeffi. Okay. Ah! Könnte sein, dass der hier tot ist. Moment. Ist das ein Skeffi? Nee. War keiner. Ist nicht found in Raid. Der hat bloß die Doctags genommen. Okay. Der, den ich da gerade erschossen habe. Alter. Händel, danke für die 500. Im Moment klappt's aber. Übel. Guten Morgen. Wollte ich doch gar nicht machen. Wä, wä, wä. Ja, guten Morgen. Händel, 37. Echt der jetzt? Ich schreckhaft niemals. Angst, dass da hinten noch irgendeiner ist. Äh, ich weiß nicht, wo der ist. Ob der weggelaufen ist. Keine Ahnung. Level 2, ach du Scheiße, Junge. Komm dem wieder. Ich weiß, was du gelootet hast. Das ist alter, ja. Ja, ich lass nach, ne. Jetzt geht's auf die 26 zu. Übel, ey. Ich sag's euch. Übel. Da geht's da hin, ey. 26, ja. Wenn ich mein Alter sag, regen sich alle auf? Ja, ist ganz schlimm. Oh, ach so. Klaus Blub, danke für die 400. Das Alter. Danke für die 400. Drei, fuck. Du wirst von 16 direkt 26. Ja, das kenn ich. Also, das entspricht auch in etwa meiner Rechnung. So in der Art. Alle PMCs one-tappen, ne? Und ins GF one mecken. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Einfach die Zahlen drehen. Ah, okay. Ah, ja, ja, okay. Okay. Und da. Okay. Und da. Okay. Ist halt jetzt gefährlich, ne? 16 Minuten. Wir könnten halt schon irgendwelche Streunerscafs unterwegs sein. Hab ich noch gar nicht, ein Blutbad. Hey, da klaut. Sehen die überhaupt schon was, die Scafs? Ja, die sehen was, scheiße. Aber Interchange in der Nacht, ach. Ein Fest. Ein Fest. Ich glaube, das haben noch nicht so viele gecheckt, dass man da jetzt auch mit dem Light Vision reingehen kann. Der Donnerschlag. Bin übrigens immer noch nicht auf EU-Server. Oh no, über das nicht so viele Sachen. Warplete jetzt sogar noch nicht. Und nochmals eigentlich das Filme. Okay, jetzt weiß ich noch mit ihm. Die Seite allocate ich mich nicht entsp 최osene. Und wie schreitiger, wenn man das nicht anschaut? Hab ich ihn nicht! Ich habe Angst, dass ich Platz habe. Ah ja, da hinten brennt's. Das sah gerade so aus, als ob da oben einer ist. Hey, Paracetamol. Alright Leute, machen wir mal hallo YouTube im Chat. Das war doch eine brauchbare Runde. Ich glaube es waren 6 Kills, kann das sein? Der siebte ist mir entkommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä, fünf bloß? Ich dachte sechs. Na egal, egal. Schade. Der sechste ist mir entkommen. Trotzdem gute Runde. Trotzdem gute Runde. Kann man nix sagen. Da waren ein paar One-Taps dabei, ne? Hab grad mal 60 Schuss verbraucht. Ist okay, bye. Oh ja. Fünf skefs und fünf PMCs. Passt. Auch hier und nach. Shoulder zu courtroom. Ich denke auf Gruppe. venidos. школ der zungen D severely habr zu auf den schтяbchen Vakiiiii. Untertitelung des ZDF, 2020